Hallo und herzlich willkommen! In diesem Video werfen wir einen Blick auf JTL Shipping. Was ist JTL Shipping? JTL Shipping ist eine kostenfreie Schnittstelle zu Logistikern wie DHL, Deutsche Post oder DPD von JTL-Wawi. Eine aktuelle Liste angebundener Logistiker finden Sie auf unserer Website. JTL Shipping ist im Standardumfang von JTL-Wawi enthalten und kann direkt verwendet werden. Im alltäglichen Betrieb ermöglicht Ihnen Shipping das nahtlose Drucken von Versandetiketten, ohne dass Sie zwischen Ihrer Warenwirtschaft und den Tools der Logistiker wechseln müssen. Versandinformationen wie Tracking-ID werden direkt vom Logistiker an JTL-Wawi gemeldet und bei Bedarf an Verkaufsplattformen wie eBay, Amazon und natürlich dem Kunden geschickt. Mit JTL Shipping ist es problemlos möglich, Retourenetiketten zu erstellen, falls Ihr Logistiker das auch anbietet. JTL Shipping einrichten In unserem Kernprodukt der Warenwirtschaft JTL-Wawi finden Sie JTL Shipping als Bestandteil der Versandverwaltung. Zuerst legen Sie für alle Verträge, die Sie mit Logistikern geschlossen haben und für die Sie JTL Shipping nutzen möchten, eigene Benutzerkonten im Versand an. Die Zugangsdaten für das jeweilige Konto erhalten Sie nach Vertragsabschluss bei den Logistikern Ihrer Wahl. Bestimmte Auftragstypen können dann standardmäßig dem gewünschten Logistiker zugewiesen werden. Geht jetzt ein Auftrag ein, wird JTL-Wawi im Auslieferungsprozess automatisch ein Versandetikett beim zugewiesenen Logistiker anfragen. Die Schnittstelle des Logistikers gibt als nächstes ein fertiges Etikett an JTL-Wawi zurück, welches dann am gewünschten Drucker ausgedruckt wird. Es können an mehreren Druckern auch unterschiedliche Etiketten ausgegeben werden, sodass gleichzeitiges Verpacken an mehreren Arbeitsplätzen kein Problem darstellt. Damit wird der Versandprozess schnell und effizient. Wie die Einrichtung von JTL Shipping für die jeweiligen Logistiker im Detail funktioniert, erfahren Sie in unserer Online-Dokumentation und unseren Tutorial-Videos. JTL Shipping optimieren Sobald Sie ein wenig mit JTL Shipping vertraut sind, wünschen Sie sich vielleicht, Ihre Prozesse weiter zu optimieren. Mit den JTL Workflows, welche Sie ebenfalls kostenfrei im Standardumfang von JTL-Wawi verwenden können, ist genau das möglich. Zum Beispiel können Sie einen Workflow einrichten, der es Ihnen ermöglicht, bezahlte Aufträge mit genügend Lagerbestand sofort auszuliefern. In Kombination mit unserem kostenlosen JTL Packtisch Plus oder der Lagerverwaltung JTL WMS werden sofort Picklisten für Ihre Lagermitarbeiter erstellt und die Auslieferung läuft vollautomatisch. Sie suchen noch weitere Ideen zur Optimierung von JTL Shipping? Dann besuchen Sie unser Forum. Dort erhalten Sie Tipps und Tricks von Händlern, die JTL Shipping bereits erfolgreich einsetzen. Dies war ein Überblick über JTL Shipping und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wie Sie DPD und DHL konkret einrichten, erfahren Sie in den Tutorial-Videos rechts in den Boxen. Das war ein Überblick über der Lagerverwaltung und der Lagerverwaltung aufzuliefern, die JTL verwendet werden. An der Lagerverwaltung der Lagerverwaltung JTL Station hat nhau seine Produkte mit entspricht, etwas Spannungsvolles Fahrt, das sind die Möllerverwaltung, die JTL-W ami oder das war. Die JTL-Wa gesendet wurde am Ende Lagerverwaltung, die JTL-Wa Обmerksamkeit. Was Elterverwaltung JTL ist in die JTL in den Boxen.